Musik 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 Ich bin Bahar, ich bin 25 Jahre alt. Es ist eine große Herausforderung für mich, dass ich vorhin bin. Die Leute denken, dass die Probleme in der Schule sind. Aber ich habe keine Probleme, aber ich habe keine Probleme gemacht. Ich habe keine Probleme gemacht. Ich habe keine Probleme gemacht. Das ist die Möglichkeit, die wir in der Schule kennenlernen. Wir müssen in der Klinik arbeiten mit den Menschen in der Klinik. Die Menschen in Afghanistan und die Frauen sind sehr wichtig. Ich glaube, es ist sehr wichtig für mich. Ich glaube, es ist sicher, dass die Menschen in Afghanistan sind. Ich glaube, es ist sicher, dass die Probleme ist. Ich möchte es auf den Weg bringen. Ich möchte es über die Ereignisse machen. Es ist eine große Herausforderung. Ich möchte es auf die Schüsse machen. Ich möchte es auf die Schüsse machen. Ich möchte es auf die Schüsse machen. Ich bin sehr dankbar und sehr dankbar. Ich habe mich sehr dankbar, weil man nicht mehr von mir ist.